Oh nein! Ich sterbe, Tim! Wir haben jetzt einen Ofen. Wieso haben wir jetzt einen Ofen, Tim? Wir müssen doch alles aufnehmen. Ja, okay. Wir müssen die Begrüßung machen, wir können ja dann einen Ofen haben. Doch. Wir können ja einfach einen Ofen haben. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich höre eine Spinne. Wie, du hörst eine Spinne? Soll ich sie schlagen? Ist aber ruhig eben. Kann die uns essen? Ich habe die Spinne gehört. Ich gucke nur ganz kurz raus, ja? Ist das eine große Spinne? Tim, ist das eine große Spinne? Ja. Wo muss ich denn hingehen? Oh, ist der Tag. Geil! Herzlich willkommen zur neuen Folge. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben kurz überlegt, ob wir irgendwas auf Kamera hier probieren, aber nee. Ich kann noch nicht ganz klein mit dir... Ich kann nicht raushöpfen. Ja, ich habe da extra zugemacht, aber die Zombies sind nicht reingekommen. Geil, ich habe wieder aufgemacht. Freunde, diese Folge, oh ist das hübsch. Wird auf jeden Fall besser. Ich habe die Knöpfe schon fast verstanden und ich schlage jetzt eine Biene aus Frust, weil ich in Quarantäne sitze. Will, bitte mach mal, ich kenne die Bienen noch überhaupt nicht. Die sind neu. Aber die ist irgendwie auch süß. Eigentlich will ich die gar nicht schlagen. Kann ich nicht einschalten. Wie fange ich die denn ein? Da, wie gesagt, ich kenne die noch gar nicht. Oh, guck mal, wie süß die ist. Ich raste auch. Da hinten die Spinne bei dir. Die dicke, fette Spinne. Kann ich die töten? Kannst du tönen, ja. Come on, ey. Du kleiner Hässe. Hässt dich, hier wohne ich. Oh nein. Ich bin gestorben. Wie dreh ich mich denn? Du hast doch das einzige Loch erwischt, wo vier von diesen Leuten drehst. Boah, mir ist richtig warm. Ich kann nicht mehr. Ich gehe gerade unter. Guck mal, was ist das für ein Loch? Aber wie schwimme ich denn? Mit A gedrückt halten. Mit springen gedrückt halten. Springen gedrückt halten. Gedrückt halten. Oh, ich kriege fast keine Luft mehr. Oh, ich muss erst mal was trinken. Ich hasse so Spiele. Guck mal, wie er untergeht. Vor allem, was das für ein Loch ist. Stirbt der, wenn er... Achso, ja, scheiße, ne? Da ist ja das mit Blubberblasen, ne? Ey, was das für ein Loch ist, ey. Das ist ja richtig, das Todesloch. Ey, aber warum geht der in die Richtung, wenn ich den Cursor nach unten drücke? Da gibt ja gar keinen Sinn. Du bist hier gerade in deiner... So. Ah. Boah, ich kann nicht mehr. Das war zu viel für mich. Ich konnte mich nicht mehr drehen. Ich muss erst mal ausdrehen. Ich kriege Kreislauf. Merkenzusammenbruch. Weißt du, in der ersten Folge war nichts passiert. Aber habe ich jetzt meine Sachen verloren, alle? Ja. Achso, ja, die liegen da drin, aber... Da unten drin? Du gehst da jetzt rein und holst das. Ich gehe auch gar keinen Fall rein. Natürlich gehst du da rein. Du spielst das seit Jahren. Du gehst da jetzt rein und holst mir meine Sachen zurück. Wofür bist du denn mein großer Bruder? Aber ganz schnell. Oh, Digger. Und ich gehe, wenn ich das hier an so einen Baum und... Vielleicht ist es nicht ganz so gefährlich. Ach, das sieht ganz entspannt aus. Da ist noch nichts drin da. Soll ich mich oben an den Rand stellen und hier zufeuern? Mach ich sehr gerne. Das willst du mir wieder helfen. Boah, wie... Ich bin schon wieder da für 10. Ich bin schon wieder da für 10. Achso, du lenkst ab. Das ist super. Da gehst du rein. Ich brauche mal eben Erde. Wenn du jetzt ein Loch unter meinen Füßen buddelt, soll ich so reindrumpen. Das ist der Plan. Aber... Ach, da liegt das alles. Kann ich das nicht einfach... Ich habe das alles gerade aufgehoben. Das hätte so nicht... Okay, geh mal schnell zur Seite. Oh! Ich komme nicht raus! Dreh dich um. Du stehst direkt neben mir einfach. Du kannst einfach rüber gehen. Ich meine... Der ist einfach hochgekommen. Okay. Ich meine... Oh, Tim. Wir lachen jeder zu Fuß. Okay. Warte. 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 Wie warte? Ähm, warte. Ich finde doch die Ansicht so anstrengend. Ich weiß immer gar nicht, wo ich hingucke und was ich mache. Okay, ich habe die Knöpfe noch nicht ganz verstanden. Hier. Ah, hüpfe ich. Da. Guck mal. Das ist für dich. Erde. Nein. Die Blume. Ja. Süß. Danke. Ähm. Okay. Mit A hüpfe ich. Ja. Mit dem hier hinten rechts schlage ich. Ja. Die dumme S***, wenn die kommen. Und mit links nehme ich Sachen. Benutzt du Sachen. Benutze ich. Zum Beispiel setzen. Genau. Okay. Kann ich auch die Blume einfach hier so nehmen? Die musst du hauen. Du musst eigentlich alles, was du einsammeln willst, musst du vorher hauen. Wenn ich dich ansammeln will, muss ich hauen. Spank, dann. Alter. Los, rennt er hinterher. Warum kann meiner nicht rennen? Doch, er kann rennen. Kann er. Hä? Ich bin voll gut gerannt. Hör mal, die Fresse jetzt. Wo krieg ich denn Kohle her? Wir brauchen ein paar Fackeln. Du hast das Dingens gebaut. Ach so, ja. Wir können ja mal. Pass auf. Ähm. Nenni, öffne ich dir jetzt die Tür. Hast du die zugeverriegelt? Verriegelt. Herr, lass dich. Herr, lass dich. Schau. Schau. Hallo. Ich mach mal besser hier zu. Ich muss nicht reinkommen. Du isst dich, Alter. Ich geh einfach an der Seite. So. Sag. Isst dich. Guck mal nicht, wo ich bin, du kleine Katze. Ah. Piss dich. Geh weg jetzt hier. Lass mich rein. Du ästlicher kleiner Gollum, Alter. So, wo bist du, kleine Bitch? Prügel deinen Arsch, ey. Okay. Was haben wir? Ruhig jetzt. Wir haben jetzt einen Ofen. Ruhig. Äh, wir haben jetzt einen Ofen. Wir können, ich mein, wir könnten auch einfach nach Kohle suchen, ey. Wir müssen halt echt nicht in diesem Loch. Das liegt manchmal einfach bei den Steinen rum. Wollen wir mal einfach ein bisschen erkunden gehen. Ja, okay. Aber es wird eh gleich dunkel und wieder gefistet. Ja, nee. Ich hab da keinen Bock für Schilder zu sterben. Ja, nee. Wir nehmen jetzt alles mit. Wie, alles mitnehmen? Das ist ja nicht viel. Aber da muss man ja alles kaputt machen wieder. Ja, aber das kann man ja wieder einfach aufstellen. Okay, let's go. Oh, die Pien sind so süß. Oh, die Pien sind so süß. Fucking Axt, ey. Okay. Meinst du, ich werde irgendwann mal gut in dem Spiel sein? Ja, ja, ja. Nach tausend Stunden. So, na, 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 na. Schon gut. So. Wo gehen wir hin? Oh, ich sehe, es wird schon dunkel. Wie? Der Matsch ist ein Mittag. Der Pferd. Los, renn doch jetzt. Oh nein, hier ist wieder so ein Fluss und so, ne? Oh nein, ich hab Angst. Also, ähm. Wie komm ich da raus? Genau, nach unten gucken. Aber ich drücke A. Warum nach unten gucken? Naja, bevor du rennst. Warum? Wollen wir weiter A drücken? Ja, umdrehen. Hier umdrehen. Achso, mit dem anderen Knopf. Ich weiß nicht, was ich da drücke. Aber wenn ich doch schon A drücke, was müsste ich denn jetzt noch machen? Hier und jetzt? Da, genau, da hoch. Oh Gott. Oh. Too much for me. Okay, wir brauchen einen Plan und Systematik. Wenn du jetzt das Schwein schlägst. Tue ich nicht. Dude. Wir ziehen da vorne ein. Wo ziehen wir ein? Mir nach. Haben wir eine Penthouse-Wohnung gefunden? Ja. Die Bäume? Like literally. Ist das denn ein Haus? Ja. Wie renne ich denn jetzt so? Achso, mit doppelt... Ich renne jetzt, ne? Oder? Menschenflatt. Und jetzt hier? Nee. Achso, Rennen verbraut übrigens Hunger. Naja, ist ja egal. Das sehen wir dann später. Aber... Ach ja, man kann auch schwimmen. Warum schwimmst du? Und ich hüpfe nur so auf das nicht. Wenn man rennt, dann kann man schon... So, fall hier nicht bitte in diesen Dings. Wo? Hier. Und wir ziehen jetzt einfach hier ein. Oh mein Gott. Ein! Ein Huhn! Boah, wie geil. Boah, das ist voll süß. Oh! Streicheln, nicht hauen. Wie streichle ich? Äh... Ja, willkommen, das ist unseres, oder? Nice, Alter. Wir haben übel die Crip gefunden. MTV Home, welcome to my Crip. Richtig geil. Ist das Haus schon vorbei, war's da? Ich meine, das ist nicht das größte Haus. Aber... Hä, ist hier einfach nur eine Treppe drin? Ja. Wo ist der Fernseher? Wir können ja mal die Leute fragen, die hier wohnen. Da vorne sind ein paar größere Häuser. Können wir uns einen Whirlpool bauen? Warum sind hier so viele Häuser? Boah, geil. Ja, weil hier ein Village ist. Guck mal, hier sind die Leute. Da sind Menschen! Ja. Gott, das Wind. Das ist ja schmied. Ich weiß nicht, dass da Menschen sind. Das ist der Schmied. Was hat er hier? Ich will da alleine wohnen. Er handelt. Lehrling. Boah, ich bin richtig über... Oh, guck mal, hier die Farmer. Wo bin ich denn? Guck mal, hier sind drei Farmer. Was ist hier los? Ich glaube, ich finde die Ansicht schade. Eine Katze! Wow! She looks pretty as... Miau! Warte mal bitte, wo muss ich denn... Oh, Karotten! Karotten! Ist das normal, dass man so viele Sachen irgendwo holt? Ja, ja. Ach, wie gut, ey. Wir haben so ein Glück, wir werden so verreckt da draußen. Ich wollte es dir ja nicht ehrlich sagen, aber ich glaube, das hätten wir nie so ein Leben. Oh Gott. Mhm. So, okay. Und was ist jetzt unser Plan, Tim? Unser Plan... Warum hängt denn das so? Unser Plan ist... Was ist das denn für einer? Äh... Der sieht aus wie ich before contouring einfach. Ich schenke dir mal meine Brushes, der... Mein Pinsel-Set, der kann sich mal die Nase konturieren. Hohe Stirn, lange Nase, das kommt grob hin. Guck mal, hier ist Dampf! Oh, da ist gerade was gestorben. Ist das ein Schwein? Was liegt da denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es eingesammelt. Ein Esel! Ich habe verrottetes Fleisch gefunden. Geil! Kann man damit was machen? Der Esel liebt mich! Nein, der liebt dich gar nicht. Doch, es kam gerade in den Herz. Digga. Schiech. Lass dich ab! Lass dich! Geh weg! Oh! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Weißt du, manche necken sich unter Geschwistern und manche übertreiben es. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen, weil er hat es nicht verdient. Die Frage ist, ob wir das jetzt noch aufgenommen haben. Ich glaube, er ist gerade ausgegangen. 30, 6. Ich glaube, er ist gerade ausgegangen. Literally. Du, wir haben hier ein Schaf. Huch. Wir haben hier ein Schaf, das wir vielleicht töten müssen. Aber dann können wir uns retten machen. Kommt man irgendwo... Marvin wurde von Timmy erschlagen. Kommt man irgendwo raus? Nee, immer am selben Spawn. Aber guck mal, da ist ja schon... Oh Gott. Warum kam da ein flammender Mensch an? Tim, wir müssen uns noch verabschieden, falls es nicht aufgenommen hat. Wo wir uns verabschiedet haben. Ciao! Okay, so, aber jetzt... Wie sie alle rennen! Wir wissen nicht, ob die Kamera gerade die Maus gegangen ist oder... Also, wir wissen nicht, ob die Kamera ausgegangen ist, bevor wir uns verabschiedet haben. Aber falls es davor war... Hä, ich bin dumm, aber egal. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Okej, danke, danke. JusSuper. Ja, danke. kra öppene Schoep. kinda? hallg 밤。 Ich höre, danke bei mir. Auf an, die